Musik Ich bin Rentner. Mein Hobby ist das Fotografieren, speziell Naturaufnahmen, die Wiesen, die Wälder. Ich liebe die Schönheit der Natur, ihre Einsamkeit, ihre Stille. Wenn man mehr als 40 Jahre, so wie ich, tagtäglich nur das Geräusch von Maschinen in den Ohren gehabt hat, dann können Sie mich sicher verstehen. Nur als Vorgeschichte gewissermaßen. Gestern bin ich wieder in den Wald gegangen, um zu fotografieren. Die Aufnahmen habe ich dann am Abend bei mir zu Hause entwickelt und vergrößert. Dabei habe ich eine Entdeckung gemacht. Was für eine. Bitte, sagen Sie mir, ob Sie etwas erkennen. Also vorläufig, sehe ich nur Wald. Gib mir mal eine. Eine Lupe, darf ich mir erlauben? Danke. Ja, ich habe es auch nicht gesehen, wie ich die Aufnahme machte, meine ich. Aber als ich dann die Vergrößerung mit der Lupe ansah, da fiel es mir auf. Eine Hand. Eine tote Hand. Tatsächlich, das ist eine Hand. Haben Sie jetzt Zeit? Können Sie mir nur noch mal rausfahren und mir den Platz zeigen? Ja, aber natürlich, Herr Köster. Gut. Dann bleib du mal bitte hier. Ja. Und du sag der Spurensicherung Bescheid. Er ist erschossen. Ich schicke gleich die Leute mit der Bergungswandel. Herr Klose, wir sehen uns nachher im Büro. Kommen Sie, Herr Bettler, ich fahre Sie nach Hause. Wo wohnen Sie eigentlich? In einem Seniorenheim. Feierabend ist es. Ist es in Tal Kirchen? Ach, Sie kennen das? Nee, aber da wohnt ein ehemaliger Kollege von mir, der heißt Burger. Herr Bettler, Sie kommen ja schon wieder zu spät. Sie wissen doch, dass wir die Essenszeiten im Interesse aller einhalten müssen. Entschuldigen Sie, Frau Weiler, aber heute war es wirklich nicht meine Schuld. Ich bin aufgehalten worden von der Polizei. Was haben Sie denn mit der Polizei zu tun? Ja, ich war gewissermaßen Zeuge in einem Mordfall. Sie? Ich war derjenige, der der Polizei den ersten Hinweis geben konnte. Man war mir sehr dankbar dafür. Wollen Sie noch etwas essen? Danke, Frau Martin, aber heute habe ich mir erlaubt, außerhalb zu essen. Wie Sie wissen, Herr Bettler, haben wir Telefon im Haus. Es wäre also ganz reizend von Ihnen, wenn Sie uns das in Zukunft wissen lassen würden. Aber selbstverständlich. Meine Herrschaften, wenn Sie fertig sind, gehen wir hinüber. Der Film fängt gleich an. Herr Burger, ich soll Ihnen Grüße bestellen von Herrn Köster. Oh, danke schön. Sehr nett. Ja, er bearbeitet den Pfarrer. Haben Sie die Leiche gesehen? Ja, ein junger Mann erschossen. Der Tod ist bereits zu Lebzeiten im Februar wegen Körperverletzung erkennungsdienstlich erfasst worden. Die Fingerabdrücke sind identisch. Er bekam damals fünf Monate. Vor vier Wochen ist er entlassen worden. Sein Name ist Georg Kulek. Kanalstraße 12, hier in München. Hat man festgestellt, wann der Tod eingedritten ist? Nicht auf die Stunde genau, aber er ist mit Sicherheit vor zehn bis elf Tagen verscharrt worden. Ist noch keine Vermisstenanzeige eingegangen? Nein. Stell mal fest, ob die Adresse noch stimmt und ob man jemanden benachrichtigen muss. Kann ich das Foto haben? Ja. Danke. Darf ich fragen, wer Sie sind? Georg ist mein Sohn. Er wohnt ja auch hier. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Das ist, äh, das ist fast zwei Wochen hier. Bleibt er öfter so lange? Eigentlich nicht. Wissen Sie, wo er wohnt oder schläft, wenn er nicht hier ist? Er hat eine Freundin. Wo die wohnt, weiß ich nicht. Ich kenne sie auch nicht. Aber er hat mir eine Telefonnummer aufgeschrieben, wo ich ihn anrufen kann, wenn etwas Wichtiges ist. Wissen Sie, er sorgt rührend für mich. Kann ich die Nummer mal haben? Bitte. Danke. Was ist denn mit ihm? Warum fragen Sie das alles? Frau Kulek, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Was ist passiert? Ihr Sohn ist vor etwa zehn Tagen erschossen worden. Wir haben ihn gestern gefunden. Haben Sie jemanden, den wir benachrichtigen können? Der sich um Sie kümmert? Niemand. Was kann man denn für die Frau tun? Der Bekannte von mir ist Sozialhelferin. Die rufe ich heute Abend mal an. Vielleicht kann die mal nachher sehen oder sonst irgendwas veranlassen. Hallo? Ja, ich höre. Der Teilnehmer heißt Claudia Müller, Türkenstraße 25. Bitte setzen Sie mich doch, wenn Sie wollen. Wann war das? Vor zwei Wochen etwa. Warum? Weil er mich beklaut hat. Darum. Es war nicht genug, dass ich ihn ausgehalten habe. Nein, er muss mich auch noch beklauen. War er denn sowas wie ein... So hält er meinen Sinn. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich bin keine Nutte, die ihre Freie auf der Straße einfängt. Mein Job ist Callgirl. Man ruft mich an. Und das ist alles ganz legal. Bitte. Hier registriert mit Stempel und mit Unterschrift. Ich brauche keinen Zuhälter. Ich leiste mir höchstens mal den Luxus, einen Freund zu haben. Den Sie aushalten. Frauen Männer aushalten oder Männer Frauen, ist ja da der Unterschied. Ich schaffe jedenfalls an, solange ich kann. Und zwar für mich und nicht für Leute so wie den Kulek. Was hat er Ihnen denn gestohlen? Geld natürlich. Und ein wertvoller Brillantring. Vier Karat. Warum haben Sie keine Anzeige erstattet? Sie sind gut. Glauben Sie, ich lasse mir seine Gang auf den Hals setzen? Sie sind doch zu allen fähig. Von welcher Gang sprechen Sie? Sir Henry heißt der Stammlokal. Wenn Sie Sie sehen wollen, gehen Sie doch hin. Sir Kings nennen Sie sich. Der Kulek ist jeden Abend da. Und wenn Sie ihn sehen, können Sie sich gerne meinen Ring wiedergeben lassen. Hat er was mit Mord zu tun? Nein, er wurde ermordet. Erschossen. Vor etwa 10, 12 Tagen. Erwarten Sie nicht, dass ich jetzt in Tränen ausbreche. Das brauchen Sie auch nicht. Das hat seine Mutter schon getan. Sag mal, was ist denn das für ein Lokal und wie heißt denn das? Sir Henry. Die Kollegen von der Funkstreife kennen das zur Genüge. Nutten, Striche, Zuhälter, das Übliche. Ein paar Jahre Gefängnis sind da immer versammelt. Das Ganze ist als Billiard-Club aufgemacht. Dann fahren wir doch heute Abend mal hin und spielen eine Partie. Vielleicht kriegen wir eine Bande. Also, was gibt's? Was wollen die beiden hier? Das sind meine Zeugen. Mein Name ist Köster. Und wie heißen Sie? Ich muss Sie doch anreden können. Oder möchten Sie, dass ich Sir Henry zu Ihnen sage? Heinrich Schwarzer heiße ich. Warum hat Herr Kulek Lokalverbot? Und seit wann? Seit zwei Wochen. Er hatte eine Menge Spielschulden. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen hier im Lokal. Bleck ihn! Bei mir allein 3000 Piepen. Und da nicht bezahlt, dann haben wir ihm das hier weggenommen. Vier Karat. Ganz recht. Vier Karat. Und den bekommt er wieder, wenn wir unser Geld haben. Das ist alles. Das ist leider nicht alles. Was zwei Wochen etwa, wurde erschossen. Und im Wald verscharrt. Damit hab ich nichts zu tun. Da kann ich Ihnen eine Menge Nachsagen. Zugegeben, aber Mord? Nein. Nein! Ich hab ja nicht gesagt, dass Sie etwas damit zu tun haben. Aber das ist ein zeitlicher Zusammenhang. Zwischen dem Lokalverbot und seiner Erschießung. Außerdem sind Sie ja nicht der Einzige, dem er Geld schuldet. Aber ich sag Ihnen doch, für alle, denen ihr ihr Geld schuldet, haben wir diesen Ring als Pfand. Warum als ermorden? Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Vielleicht gibt's einen anderen. Ich weiß keinen. Du, Blecki? Nö. Sie werden jedenfalls weder ihr Geld zurückbekommen, noch den Ring behalten. Den hat Herr Kulek gestohlen. Bitte ziehen Sie ihn ab. Sie werden ganz schön in Schleudern kommen, wenn Sie sich da was zurechtgelegt haben. An Leuten wie Kulek mache ich mir die Finger nicht schmutzig. Hoffentlich bleiben Sie sauber, die Finger. Sie werden sich viel einfallen lassen müssen, mein Lieber. Mein Gottes, ich hab ne reine Weste. Nehmen Sie mich doch gleich fest, wenn Ihnen danach ist. Wir haben kein Zimmer frei im Moment. Ich hab's immer gesagt. Der Kulek macht nur Ärger. Ob lebendig oder tot. Grüß dich, Hilde. Tag, Gerd. Ich bin gleich losgefahren, als dein Anruf kam. Was ist denn passiert? Ich hatte in der Gegend zu tun und da hab ich gedacht, ich könnte mal nach ihr schauen. Ja, und? Na ja, auf mein Klingeln hat niemand geöffnet und meine Nachbarin sagte, sie hätte es gestern auch schon versucht. Und auch heute früh nochmal. Sie wollte sich um sie kümmern, weil sie sich nicht wohl fühlte. Na ja, dann hab ich die Hausmeisterin gebeten, die Wohnungstür zu öffnen und sie hat sich erhängt. Hat sie noch Angehörige? Nein. Ich hätte gleich was unternehmen müssen, mich um sie kümmern. Ich hab das gespürt, wie es um die Frau steht. Wie verzweifelt sie war. Mach dir doch keine Vorwürfe. Es konnte doch keiner ahnen, dass sie sich was antut. Ach, Sie sind das. Und wer ich bin, wird ihn zu Henry ja nicht verschwiegen haben. Darf ich mal fragen, was Sie eigentlich hier wollen? Ausnahmsweise. Ich wohne hier. Ach so. Ja, dann kannten Sie ja auch den Herrn Kulek. Sicher. War der nicht mal so eine Art Mitglied bei Ihren Kings? Er war sogar mal der Boss. Aber wir haben ihn rausgeschmissen. Warum? Das hat's ja Henry Ihnen doch schon gesagt. War das der einzige Grund? Kein Kommentar. Was wollen die denn hier? Die haben ein Protokoll aufgenommen. Oben bei Frau Kulek. Was können die denn schon sagen? Nichts mehr. Sie hat sich erhängt. Vor ein paar Minuten hat man sie weggebracht. Scheiße. Um den Kulek tut's mir nicht leid. Aber um diese Frau. Ehrlich. Hast du festgestellt, wie der heißt? Ja. Horst Bieler. Du glaubst, dass der mehr weiß, als er sagt? Ich hab jedenfalls den Eindruck. Also etwas will mir auch nicht in den Kopf. Ich meine, wer immer der oder die Täter war. Die haben doch nicht mit Absicht die Hand draußen gelassen. Und wenn, dann frage ich mich, warum? Vielleicht wollten Sie, dass man ihn findet. Oder aber? Er war trotz der Verletzung noch nicht ganz tot. Wollte sich befreien. Ist an seinem eigenen Blut der Schick. Die Obduktion gibt darüber keine Auskunft. Ah, da ist er ja. Aber was sagt die Dame? Sie hätte nie geglaubt, dass sie den Ring wiederkriegt. Wer sind die Größten für Sie? Sie erzählte nur eine Menge unwichtiges Zeug. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Kulik mal zusammengeschlagen wurde wegen einer Mädchen. Und dass er wegen dieser Mädchen damals die fünf Monate Gefängnis bekam. Aber das ist Schnee vom letzten Jahr. Das kann doch ein wichtiger Hinweis sein. Wusste sie wenigstens, wie das Mädchen heißt oder wer den zusammengeschlagen hat? Sie konnte sich nur an das Mädchen erinnern, weil es damals in der Zeitung stand. Ilse Steiger soll sie heißen. Keiner aus dem Milieu. Guten Tag. Mein Name ist Köster. Könnten wir von Herrn Steiger sprechen? Ist sie zu Hause? Ja. Wer sind Sie? Verzeihen Sie, wir sind von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Heimann. Grüß Gott. Können Sie sich ausweisen? Selbstverständlich. Ilse ist meine Tochter. Was hat sie denn mit der Polizei zu tun? Nichts, Herr Steiger. Es geht lediglich um meine Auskunft. Ein Mann namens Kulik ist Anfang des Jahres verurteilt worden. Wegen Körperverletzung begangen an ihrer Tochter. Ja. Und vor ein paar Tagen hat man ihn erschossen aufgefunden. Was habe ich gerade erfahren? Durch Herrn Biele? Sie kennen ihn? Ja. Der war doch auch mit Herrn Kulik befreundet. Meine Tochter war nicht mit ihm befreundet. Aber sie kannte ihn. Leider. Herr Steiger, wir suchen den Mörder von Herrn Kulik. Und da ist hier der Hinweis wichtig für uns. Auch der Personenkreis sind immer verkehrte. Es ist doch möglich, dass Ihre Tochter uns da helfen kann. Kommen Sie. Ilse, das sind zwei Herren von der Kriminalpolizei. Die wollen dich etwas fragen. Grüß Gott. Guten Tag, Vollen Steiger. Dass Kulik erschossen wurde, das weiß ich schon. Vollen Steiger, kennen Sie Bekannte von Herrn Kulik aus der Zeit, in der Sie mit ihm bekannt waren? Nein, niemand. Wie oder durch wen haben Sie ihn kennengelernt? Durch Horst. Horst Bieler ist ein Freund von mir. Er hat ihn mir mal vorgestellt. Und wie lange kannten Sie ihn? Na, nicht mal zwei Monate. Darf ich Sie fragen, wie es zu dieser Sache kam? Die ersten paar Wochen spielte er den, bis sie über beide Ohren verliebten. Und dann ließ er die Katze aus dem Sack. Auf den Strich sollte sie gehen für ihn. Geld anschaffen. Sie war so empört darüber, dass sie tagelang kein Wort sprach. Ich merkte natürlich, dass was los war und hab sie zur Rede gestellt. Da hat sie mir dann alles gesagt. Auch, dass er ihr noch immer nachstellt, obwohl sie ihm den Laufpass gab. Um der Sache ein Ende zu machen, hab ich Horst Bieler nach Kuliks Adresse gefragt. Ich bin hin zu ihm und hab ihn mit der Polizei gedroht, wenn er sie noch einmal belästigt. Ein paar Tage später hat er sie wieder abgepasst. Im Parkhaus. Als sie vom Büro kam, wollte wissen, warum ich ihn mit der Polizei drohe. Es ginge mich doch gar nichts an, was er mit ihr vorhat. Sie wäre ja kein Kind mehr. Sie ließ ihn stehen und wollte zum Wagen. Da packte er sie voll Wut und stieß sie zurück. Sie fiel die Treppe hinunter und blieb bewusstlos liegen. Er rannte davon. War es ihr Freund Bieler, der Kulek deshalb zusammengeschlagen hat damals? Ja. Ja, Freund Steiger, dann dürfen wir uns verabschieden. Ich wünsche Ihnen, dass alles wieder gut wird. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Bieler ist also ein Freund, Ihre Tochter? Ja. Ich hab ihn gern. Er arbeitet übrigens in meinem Betrieb, darum weiß ich, was ich sage. Im Grunde ist er ein anständiger Kerl. Warum im Grunde? Sind Sie nicht ganz so von ihm überzeugt? Es sind wie viele junge Leute heutzutage. Disco-Fan, Motorrad-Fan, angeben, auf Teufel komm raus, austoben, um jeden Preis. Bisschen wild eben, nicht? Manchmal auch gewalttätig, wenn sie sich so gegenseitig anmachen, nicht? Bieler ist das sicher keine Ausnahme. Seit meine Tochter im Rollstuhl sitzt, kommt er alle paar Tage her, hilft er darüber weg, kümmert sich rührend um sie, fährt sie im Rollstuhl spazieren. Wenn er etwas besorgen kann, dann tut er es. Gestern hat sie ihm von einem Buch erzählt, das sie gerne lesen würde. Heute hat er es gebracht. Da sehen Sie, das ist die andere Seite von ihm. Darum hab ich ihn gern. Er hat ja den Kuhleck damals zusammengeschlagen. Trauen Sie ihm auch ein Mord zu? Mord? Nie und nimmer. Im Büro sitzt Herr Burger, ein ehemaliger Kollege von Ihnen. Er möchte Sie sprechen. Soll er warten oder hat das keinen Sinn? Ja, gib mir mal ins Telefon. Da, Franz. Wie geht's denn? Ich hab dich ja lange... Ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Ja? Was ist denn mit dem Bettler? Du, warte mal auf mich. Ich bin in zehn Minuten da, ja? Ende. Er fragte mich, wie man einen Autobesitzer ausfindig machen kann, von dem man nur die Wagen-Nummer weiß. Und du sagst, es war vor zehn Tagen? Ja. Ich sagte ihm, Herr Bittler, das ist kein Problem. Ich habe da einen alten Bekannten bei der Zulassungsstelle. Wollte er eine Anzeige machen? Natürlich. Er war mächtig wütend. Der Fahrer hätte ihm am Stachus einen Vogel gezeigt. Ein Passant hätte das auch gesehen und sich die Wagen-Nummer gemerkt. Aber als ich ihm eine Stunde später Name und Adresse des Besitzers sagte, war seine Wut plötzlich verflogen. Es interessierte ihn gar nicht mehr. Und da stutztest du. Er hatte mich in sein Zimmer gebeten, um mir seine Fotos zu zeigen, auf die er sehr stolz ist. Als ich sie mir ansah, entdeckte ich drei gleiche Fotos, alle mit demselben Motiv. Die müssen ihm wohl aus Versehen dazwischen gerutscht sein oder hat vergessen, sie wegzustecken. Da habe ich etwas getan, was nicht so ganz legal ist. Ich habe eins davon mitgenommen. Auf dem Foto ist deutlich die Wagen-Nummer zu erkennen, die sich der Passant angeblich gemerkt hat. Der Wagen, ein Mann daneben, aber weit und breit kein Stachus. Nur weit. Das ist ja Bieler. Der ist möglicherweise in einen Mordfall verwickelt. Kulek. Woher weißt denn du das? Der letzte Fall von meiner Pensionierung war Kulek. Ich habe ihn damals verhaftet. Und ich suche jetzt den, der ihn erschossen hat. So kommt das, was wie ein Zufall aussieht, aber keiner ist. Name und Adresse, auf den der Wagen zugelassen ist, sind identisch mit dem damaligen Opfer von Kulek. Ilse Steiger. Warum schickt man so einen Profi wie dich in Pension? Die Laien wollen auch mal dran. Da wird uns Bettler aber einiges erklären müssen. Wissen Sie, ob er zu Hause ist? Ja, müsste da sein. Soll ich ihn herholen? Der läuft uns ja nicht weg. Ich will wissen, was der Bieler hier zu suchen hat. Warte mal raus. Vielleicht ist in der Nähe die Stelle, wo das aufgenommen wurde. Vergleich mal die beiden. Du gibst uns wieder den Ring oder das Geld, das uns Kulek schuldet. Wie denn noch? Der hat bei mir genug abgekocht. Und für Leichen bin ich nicht zuständig. Also hol er dir Geld, von wem du willst, aber nicht bei mir. Du weißt, was mit Leuten passiert, die uns bei der Polizei verpfeifen. Ich verpfeife niemand bei der Polizei. Aber ich sag dir vom Kopf zu. Ihr habt ihm meinen Ring abgenommen und dann habt ihr ihn umgelegt. Spielst du ja! Weil ihr gewusst habt, dass er nicht zahlt. Der Kulek hat noch nie seine Schulden zahlt. Und jetzt raus da. Oder ich ruf wirklich die Polizei. Vor Typen wie du einer bist, hab ich keine Angst. Wenn du noch länger im Geschäft bleiben willst. Und wenn dir deine hübsche Larve noch was bedeutet. Überleg genau, was du tust. Ich komm wieder. Verlass dich drauf. Ist was passiert? Claudia Müller, sie rief eben an. Wollte die Mordkommission, aber meldete sich nicht. Nur ein aufgeregtes Atmen und dann ein Schrei wie Nein und Hilfe. Komm, wir fahren hin. Herr Stochen. Rufen Sie die Spurensicherung, die sollen gleich herkommen. Nach dem Telefonat fuhren wir gleich los. Der Täter muss es sehr eilig gehabt haben. Die Wohnungstür stand noch halb auf. Nichts durchwühlt. Sieht nach Racheakte aus. Du meinst Sir Henry und seine Truppe? Ja, wäre doch möglich. Die Spurensicherung kommt gleich. Das ist Herr Meinecke. Er hat die Wohnung nebenan. Er möchte Ihnen etwas sagen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Meinecke. Komm, Sie doch bitte mal hier rüber, ja? Wie ich vor etwa einer Stunde nach Hause kam, gerade meine Tür aufschloss, sah ich, wie ein Herr die Wohnung von Frau Müller verließ. Er benutzte nicht den Fahrstuhl, sondern ging eine halbe Treppe tiefer, wo ein anderer Herr ihn zu erwarten schien. Ein paar Minuten später hörte ich, wie Frau Müller um Hilfe schrie. Ich öffnete etwas meine Tür. Im gleichen Moment sah ich, wie der Mann, der vorher an der Treppe stand, die Wohnung von Frau Müller verließ und fluchtachtig davon rannte. Und den Mann, den Sie zuerst gesehen haben, der war nicht mehr da? Nein. Was glauben Sie, hat einer von den beiden Sie gesehen? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Würden Sie die beiden wiedererkennen? Mit Sicherheit. Meine Herrschaft, niemand verlässt das Lokal. Schauen Sie sich um und sagen Sie mir, ob die beiden hier im Lokal sind. Da brauche ich mich nicht lange umzusehen. Der Mann hinter der Bar und der andere an der Ecke auf dem Barhocker mit dem Bärtsch. Bringt die beiden zu mir ins Büro. Entschuldigen Sie die Störung. Schönen guten Abend. Kommen Sie, wir gehen. Als ich Ihre Wohnung verließ, lebte sie noch. Ja, das weiß ich. Sie machen sich ja die Hände nicht schmutzig. Das überlassen die anderen. Was wollten Sie denn bei ihr? Na, was will man denn, wenn man zu so einer Frau geht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, man bringt sie um, weil sie zu viel weiß, nicht? Hat er sie zu der Tat eingestiftet? Er wird Ihnen bestätigen, dass ich nichts damit zu tun habe. Was denn? Verhaftet? Ja, heute haben wir ein Zimmer frei. Mit Fernsehen und Grill. Sie setzen sich da hin. So. Der lässt Sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Sie waren der Letzte, der in der Wohnung von dem Mädchen war. Wir haben Zeugen, dass Sie rauskommen sind. Also, ich höre. Was ist denn hier los? Wir müssen ihn mitnehmen, Herr Steiger. Es hat sich ein Verdacht ergeben. Was denn für Verdacht? Den brauchen Sie nicht. Sie fahren mit uns mit. Ich möchte ihn aber trotzdem mitnehmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Bitte. Der ist weg. Ja, das sehe ich. Wie kann denn das passieren? Ja, der hat mir einen Renner gegeben. Da hat er die Tür zugehauen und dann war er. Ja, gib eine Verhandlungsmeldung durch. Wieder schauen, Herr Steiger. Wiedersehen. Ja, hier ist Pelikan. Ich habe eine Verhandlungsmeldung. Motorradfahrer. Frau BMW. Kennzeichen MTJ. Sie suchen den Mörder von Kulek. Und Sie werden ihn finden. Aber was hat denn das mit dir zu tun? Ich kann es dir nicht sagen. Und ich will es dir auch nicht sagen. Aber wenn Sie mich kriegen, dann werden Sie mich verhaften. Eins sollst du wissen. Was ich getan habe, ich habe es nur für dich getan. Aber Horst, sag so vor allem. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Horst! Also, eigentlich glaube ich ihm ja, dass er den Wagen nicht gefahren hat. Schaut mal hier, beide Türen stehen offen und der sieht doch aus, als ob er auf jemanden wartet. Auf wen? Wollen Sie Namen nicht nennen? Ist jemand aus Sir Henrys Kneipe? Und warum der Wagen hier steht, mitten im Wald, auf einem Forstweg, der für alle anderen Fahrzeuge verboten ist, haben Sie dafür eine Erklärung? Nein! Gut, dann wird mein Kollege es Ihnen sagen. Der hat sich gestern die Stelle angesehen. 20 Meter von dem Platz, wo die Leiche von Kulek gefunden wurde, ist dieses Foto aufgenommen worden. Ich kann dazu nichts sagen! Sie wollen doch jemanden decken. Wen? Dann fragen Sie... Ja? Fragen Sie Herrn Steiger. Wann war das? Vor zehn Tagen. Es lag im Briefschalter, draußen vor meinem Haus. Am Abend rief dann jemand an, wollte den Wagenbesitzer sprechen. Ich sagte, das ist meine Tochter, was wollen Sie von ihr? Gar nichts, sagte er. Ich will mit dem Mann auf dem Foto reden. Das können Sie auch mit mir, sagte ich. Dann sind Sie wohl der andere, meinte er. 50.000 Mark und die Sache ist vergessen. Bevor ich antworten konnte, legte er auf. Am nächsten Abend rief er dann wieder an. Ich sagte ihm, dass ich die Summe nie und nimmer aufbringen könnte. Dann zahlen Sie in Raten. Wenn ich das Geld habe, dann bekommen Sie das negativ, schrie er. Ich sagte dann Herrn Bieler, dass ich erpresst werde und dass dieses Foto von ihm existiert. Er sagte, nichts wirst du bezahlen und ich zahle auch nichts. Wenn das rauskommt, warum der uns erpresst, dann ist er doch selber dran. Zwei Tage später rief er zum letzten Mal an. Haben Sie es sich überlegt, wollte er wissen. Ich sagte, dass ich überhaupt nichts bezahle. Dann hole ich mir die Belohnung von der Polizei. Zwar weniger, aber besser als gar nichts. Das waren seine letzten Worte. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Herr Steiger, warum haben Sie Kulek erschossen? Das Verbrechen an Ihrer Tochter lag doch lange zurück und als er aus dem Gefängnis kam, da hatte ich sie nie mehr gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Oft gesehen. Er mich jedes Mal höhnisch angrinste. Mich einen Vollidioten nannte. Sogar einmal sagte, Sie sind schuld, dass Ilse heute im Rollstuhl fährt. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dass er frei herumläuft nach lächerlichem fünf Monaten Gefängnis und Sie ein Leben lang ein Krüppel. Der Arzt hat es mir gesagt. Sie weiß es nicht. Ich wollte ja die Hoffnung nicht nehmen. Wann haben Sie Herrn Bieler gesagt, dass Sie Kulek erschossen haben? Am gleichen Tag. Und er hat Ihnen dann geholfen, die Leiche wegzuschaffen? Ja. Tut mir leid, dass ich ihn da mit hineingezogen habe. Herr Steiger, noch etwas? Würden Sie die Stimme von dem Erpresser am Telefon wiedererkennen? Ja, schönen guten Abend. Kann ich bitte mal in Bettler sprechen? Wenn ich nicht, Kettler, Bettler mit B. Ja, ich warte ja. Ja, Herr Bettler. Guten Abend, Herr Köster. Was gibt's denn? Ja, Herr Bettler, das Foto, das Sie uns gegeben haben, ich kann das nicht mehr finden. Das ist weg. Das ist eine furchtbare Schlamperei hier. Haben Sie noch ein Negativ? Können Sie uns noch einen Abzug machen? Es wäre ein wichtiger Hinweis für uns. Ja, aber natürlich. Ich mache ihn sofort. Sie können ihn morgen früh abholen lassen. Das ist aber sehr freundlich, Herr Bettler. Entschuldigen Sie bitte. Es ist nur eine Frage. Aber im Allgemeinen gibt es auch eine Belohnung, wenn man der Polizei einen Hinweis in den Mordfall gibt. Kennen Sie denn den Täter? Täter? Nein, natürlich nicht. Ja, sehen Sie, das ist schade. Wenn Sie den kennen würden, dann könnten Sie mit einer Belohnung rechnen. Vorausgesetzt der Staatsanwalt setzt eine aus. Ja, so ist das nun mal, Herr Bettler. Dankeschön, Wiederschön. Wer ist das? Wir holen den Bettler morgen früh ab und fahren auch mal mit ihm raus zu der Stelle. Herr Steiger, ich kann Sie nicht gehen lassen. Ich muss Sie verhaften. Es ist sicher kein Trost, wenn ich Ihnen sage, dass es mir leid tut für Sie. Was wird mit meiner Tochter? Sie braucht doch Hilfe. Ich werde veranlassen, dass Herr Biele bis zur Verhandlung auf freien Fuß gesetzt wird und nachher muss man weitersehen. Hier, hier stand ich. Sehen Sie, mit bloßem Auge war die Hand gar nicht zu erkennen. Ja, ja, wenn wir Sie nicht hätten, hätten wir den Mörder nicht gefunden. Sie haben ihn? Ja, wir haben ihn. Wer ist das? Sie kennen ihn, Herr Bettler. Sie kennen ihn. Sie haben ja schon mit ihm telefoniert. Jetzt kommen Sie mal her, Herr Bettler. Schauen Sie mal da runter. Sie sahen aus Ihrem Versteck wie ein Mann die Leiche verscharrte. Und Sie sahen einen anderen Mann neben dem Wagen stehen. Den Mann, den Sie vorhin gesehen haben. Und da machten Sie das Foto. Dieses hier. Warum haben Sie uns das nicht gebracht? Warum nur das hier? Ich weiß es nicht. Dann will ich es Ihnen sagen. Weil Sie erpressen wollten. Die Wagen-Nummer hatten Sie ja. Also war es ein leichtes, den Besitzer festzustellen, um ihm das Foto in den Briefkasten zu werfen. 50.000 wollten Sie für Ihr Schweigen. Und als das nicht lief, drohten Sie, dann hole ich mir die Belohnung bei der Polizei. Und damit hatten Sie sich selber verraten, denn mit diesem Foto konnten Sie ja nichts mehr anfangen. Sie kannten den Täter. Aber Sie konnten seinen Namen nicht preisgeben, ohne sich selbst strafbar zu machen. Das wussten Sie. Und deswegen brauchten Sie ein anderes Foto. Dies hier. Mit der Hand. Es tut mir leid. Das hilft Ihnen jetzt auch nichts mehr. Die große Reue kommt zu spät. Also ich möchte von Ihnen nur noch wissen, wie Sie das gemacht haben. Dann können Sie nach Hause gehen. Wo läuft ich? Ich habe die Erde weggeschaufelt, bis ich seinen Arm spüren konnte. Und dann können Sie das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020